Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land, heute bin ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten aus Mist of Pandaria und zwar um die Szenario Kisten. Da brauchen wir ja aktuell nur noch die blauen und so wie es aussieht sind jetzt nur noch 5 Items offen und das sind einmal ein paar Umhänge. Wir haben 2 Stärke Umhänge und 2 Int Umhänge, also Agi brauche ich nicht mehr, aber ich brauche blöderweise noch ein Agi Schwert. Dementsprechend habe ich jetzt hier ein Team aus 2 Monks und einem Rogue dabei und dann werden wir jetzt mal die Kisten aufmachen, war eben schon ein bisschen in den Szenarios drin und ich hoffe, dass das Schwert vielleicht mal rausfällt an der Stelle. So, Char No.1 hat einmal einen Hals drin, dann haben wir beim zweiten leider nichts drin. Übrigens, ich mache das Ganze hier mit Testchars, die ich danach wieder lösche, denn diese Kisten kriegt man nur über Quests und die kann man halt nur einmal auf dem Char machen. Deswegen bediene ich mich da mit den Testchars ein bisschen. Deswegen ist sowohl das Interface nicht eingestellt, als auch die Namen, ja, naja, ein bisschen sonderbar, sagen wir es mal so. So, dann auf dem nächsten Char, dem Schurken. Ne, da haben wir, was ist denn, Gürtel oder Handgelenke? Ne, Handgelenke sind es. Und da haben wir nichts drin. Und dann haben wir noch einen Monk. Oh, was hat denn der hier? Epic Teil sogar. Brauchen wir aber auch nicht. Und da haben wir nochmal einen Gürtel. Ist das sogar derselbe, bloß einmal? Ne, die heißen anders. Aber vom Aussehen sind sie ziemlich gleich. Naja, schade. So, dann geht es direkt weiter mit dem nächsten Monk. Und was haben wir schon gestern? Einmal einen Rücken. Und einen Streitkolben. Die brauche ich beide leider nicht. So, wie ihr schon seht, habe ich mir einige Monks erstellt. Ich will nämlich diese Waffe noch haben. Vielleicht auch noch einen Intumhang, wenn es ganz gut läuft. Einen Gürtel. Und was haben wir da drin? Einmal nichts. Und dann haben wir noch einen Monk mit einem Hals. Und hier haben wir einmal eine grüne Schulter, oder? Äh, ne, ein Kopf ist das sogar. So, dann schauen wir gleich. Der nächste Monk. Okay, das ist nur ein grünes Item. Und was haben wir da drin? Auch nichts. Eine komplette Nullnummer. Dann schauen wir hier mal rein. Und, uh, da haben wir was Blaues. Aber Schuhe, die habe ich schon. Und einmal Handgelenke. Die habe ich ebenfalls schon. Dann haben wir hier den nächsten Monk. Und zwar haben wir nichts drin. Okay, das war ja mal gar nichts. Zweimal nicht mal ein Item. Schwierig. So, der nächste Char. Schauen wir mal. Wir haben einen Kopf. Das brauchen wir nicht, oder? Ne, Schultern sind das kein Kopf. Und dann haben wir nochmal... Sind das die gleichen, oder wie? Ne, die heißen zumindest anders. Aber sehen gleich aus. Schade aber auch. So, dala, weiter geht's. Gehen wir die Quest nur ab. Und was Grünes. Okay, und Schuhe. Hm, bitte. So, komm, ich jetzt rück mal was raus hier, was ich brauchen kann. Na, das sieht eher schlecht aus. Ringend. Sieht ganz, ganz schlecht aus. So, nächster Char. Und wie schaut's aus? Schlecht. Grüne Hosen. Und nada. Schauen wir mal hier noch rein. Hier haben wir ein grünes Schwert. Und, ähm, einmal Stiefel. Die brauche ich auch nicht. Und was haben wir hier noch? Schickes. Einmal, oh, ein Umhang. Aber das ist natürlich der Agi-Umhang. Äh, schade, schade, schade. Den habe ich natürlich schon. Und noch einen Umhang. Oh Mann, ich brauche das Schwert. So, Dola. Damit müssten wir wieder 30 Säckchen haben. Und ja, leider war diesmal nichts drin. Aber vielleicht haben wir das nächste Mal ja ein bisschen mehr Glück. Mich hat es gefällt, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, schaut euch gerne wieder im nächsten Video wieder rein. Euer Tila, bis dahin. Ciao.